Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Warum der Goldpreis erstmals über 2.500 Dollar gestiegen ist. Historische Höchststände beim Goldpreis – über 2.500 Dollar. Der Goldpreis hat kürzlich einen neuen Rekord erreicht und die Marke von 2.500 Dollar pro Unze überschritten. Diese Entwicklung hat nicht nur Anleger weltweit in Aufregung versetzt, sondern auch die Ursachen und möglichen Konsequenzen für die globalen Märkte in den Fokus gerückt. Analysten führen mehrere Faktoren an, die zu diesem Anstieg beigetragen haben. Zunächst wird die zunehmende Unsicherheit in der Weltwirtschaft als ein entscheidender Einflussfaktor betrachtet. Politische Instabilität in verschiedenen Regionen, insbesondere in Bezug auf geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten, hat die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen forciert. Experten sind sich einig, dass in Zeiten wie diesen viele Investoren gern in Gold investieren, was den Preis in die Höhe treibt. Ein weiterer maßgeblicher Einfluss ist die Inflation, die in vielen Ländern, vor allem in den USA, deutlich angestiegen ist. In den vergangenen Jahren gab es anhaltende Herausforderungen bei der Goldproduktion, da viele Minen aufgrund von Umweltauflagen und anderen regulatorischen Hürden in ihrer Kapazität eingeschränkt sind. Dieses faktische Produktionsengpass trifft auf eine steigende Nachfrage, wodurch die Preise weiter angeheizt werden. Branchenkenner weisen darauf hin, dass in Zukunft auch technologische Innovationen im Bergbau notwendig sind, um die Produktionskosten zu senken und den Anforderungen gerecht zu werden. Die Marktentwicklung hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Strategie vieler Investoren. Insbesondere große institutionelle Anleger haben ihre Investitionen in Gold angehoben, was zu einem signifikanten Anstieg der Goldpreise beigetragen hat. Ein Analyst berichtete, dass es ein zunehmendes Interesse geben würde, Gold als langfristige Anlagemöglichkeit zu betrachten, insbesondere in einem Marktkontext, der von häufiger Volatilität geprägt ist. Darüber hinaus beobachten Marktbeobachter die Bewegungen und Strategien von Zentralbanken weltweit. Einige Länder, insbesondere solche mit instabilen Währungen oder solche, die unter Druck geraten sind, ihre Devisenreserven zu diversifizieren, haben ihre Goldreserven erheblich angehoben. Dies hat den Preisanstieg weiter angeheizt und zeigt, dass Gold als strategischer Vermögenswert angesehen wird, der nicht nur zur Wertehaltung, sondern auch zur Diversifizierung genutzt wird. Während die Zukunft des Goldpreises ungewiss bleibt, deuten aktuelle Trends darauf hin, dass Anleger auf Gold setzen, um sich vor wirtschaftlichen Unwägbarkeiten zu schützen. Dieser Trend könnte, wie viele Experten anmerken, über den kurzfristigen Zeitraum hinausgehen und eine neue Phase im Goldmarkt einleiten. Insgesamt wird der Goldpreis von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst, darunter geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und Veränderungen im Anlegerverhalten. Anleger sollten diese komplexen Zusammenhänge sorgfältig beobachten, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Autor Anita Farke, Dienstag, August 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.